Let's goooo Oh, heute wieder Killer zerstören, gar kein Bock Geil, schon wieder die Map Ey, wer ist Neon? Komm, such mal einen Gen, Alter Leise, leise, leise Killer ist bei mir, sieht aus wie der Fallenleger Geil, kein Gen, doch hier Leck mich doch, Alter Das ist der Kettensägenmann Das ist die Kacke hier, Alter Der Kettensägenmann ist geil Schon wieder die gleiche Map, Alter Wie rennt denn der Killer gerade hinterher? Keine Ahnung Ja, so weit weg ist er gar nicht So, wer hat Lust denn zu retten? Ich bin in der Nähe Ja, ich mach grad einen Gen Oh, der kommt sogar bei mir in der Richtung hierher Digga, ist der dumm, Alter Er macht einen Rettungsversuch kurz bevor ich da bin, Alter Jetzt sprintet sie auch noch weg Dom Wo ist der Killer eigentlich jetzt? Bei mir gerade Achso Hat er sich nicht irritieren lassen bei mir hier? Ne Ich glaub wer kommt jetzt zu dir, ich weiß es nicht Aber er ist bei mir weg Wie lässt man denn den Gegenstand fallen? Auf Kreis Mit Kreis Tatsache ist der Kettensägen Tatsache ist der Kettensägen Oh, er ist die blöde, Alter Und natürlich rennt er mir hinterher, danke dafür, du Katze Wir haben noch keinen einzigen Gen gemacht, Alter Ja, ich bin gleich Sally Oh, den ist raus, so ist Was ist das denn, Assi Das ist ja auch scheiße, ey Alter Wie schnell ist denn der gesprintet, Alter Das ist seine Füße gesprint Boah, ne Hi Ist das ein Idiot? Hahaha Ist das geil, Alter Markus, ich muss das Das muss ich auf jeden Fall für dich erstmal Nachher schneiden, dass du das siehst Ich stehe direkt hinter dem Gen Ich stehe sogar Erst hier hockt und dann stehe ich Und der sieht mich nicht Woher hat die nicht gehittet? Ja, ich hab jetzt schon mal ein Gen fertig gemacht hier Ja, ich hab jetzt schon mal ein Gen fertig gemacht hier Ich hab jetzt schon mal ein Gen fertig gemacht hier Ja, ich bin da Markus, bist du beim Dings? Bist du beim Gen? Ja, ich bin gleich durch Gut Dann probiere ich das gleich Probe ich ihn gleich zu retten Nein, probier du den zu retten Probier du den zu retten Markus Ja, ja, ich seh dich Ja, okay Ja Geh jetzt weg und ich Oh, ne Ich mach den Jenny Ich mach den Jenny Ich mach den Jenny fertig Ja, geil Ja, geil alter Hey Komm mal runter hier meine Schöne Hey Ja, dann lass das Ja Mach du den Wo ist denn dein Gen eigentlich? Ja komm mit Ich komm einfach mit Naja Ah, der Killer kommt schon wieder Ja Wie ist der Gen? Ja Ja, ich bin schon weg Ich glaub der Killer kommt mir auch hinterher Hey Max, dann brauch ich dich Ja, der kommt mir hinterher Ich bin auf der ganz anderen Seite Naja, aber trotzdem Ja, ich bin gleich unterwegs Ich heim mich nur schon Das wär doof wenn ich jetzt schon in Stufe 2 komme Hm, bin gleich, warte ich bin gleich fertig Ich bin in äh, losgeworden So, ich komme Ich bin gleich da Ich bin gleich da Ich bin gleich da Oh, ist bei mir Scheiße Er hat mich nicht gesehen glaube ich Ah, jetzt bin ich gleich Stufe 2 Ich bin gleich da Ich bin gleich da Ja, das schaffe ich nicht mehr vor Stufe 2 Ich bin doch da, alles gut Ich hatte ja, ich lenke ab Ich lenke ab Oh, der ist dann hinten am Arsch der Welt, alter Bist du Markus? Alles gut Komm her, ich helde dich Das war jetzt auf jeden Fall kein gutes Teamplay Muss ich mal an der Stelle erwähnen Wir brauchen nur noch einen Genmann Also ich werde mich jetzt verstecken Ich mach keinen Sinn Ja, alle gut Sonst komm mit mir mit Weil meiner ist fast fertig Ja, aber wenn der Killer mich dann über mich dann holt Bin ich direkt down Ja Du warst, du warst in dem Haus drin, ja Ah ne, das ist auch schon fertig der Gen Boah ne, der hat mich Pisser Oh ne Max, machst du gerade einen Gen? Ja Max, machst du gerade einen Gen? Ja Wie weit? Ähm, im Settel? Fuck, der hat mich Pisser Scheiße Bei mir ist doch kein Gen in der Nähe Also Max, egal, was du für den Muster holen Nö Hier ist ja eine Tür, alter Was? Was? Ich hab' nicht verstanden Du musst probieren, ich holen Ja, Mann Der hängt dann gut los Naja, äh Den macht doch einen Gen Ja, Markus Der macht doch einen Gen Ich hol' ihn und du machst einen Gen, okay? Er such' doch meinen weiter zu holen Der rennt schon weg Der rennt jetzt von mir aus nach rechts oder sowas Oh, ist bei mir Ah, nix Ja, ich hab ihn halt nicht gehört Alter Der rennt ja immer noch hinterher Ja Kommst du mich jetzt retten? Sigi Der nennt mich nicht umsonst Meister des Ausweichens Toll, wenn er mich jetzt hängt, dann bin ich tot Nee, du kannst noch ein zweites Mal hängen Nein, das gibt's doch nicht Die blöde Patze hat mich schon wieder gesehen hier, ey Nein, das gibt's doch nicht Oh, what the fuck, du hast ihn voll zu mir gelockt Hä, ich bin einfach nur abgehauen Ja, ja Ja, das ist was Ich hab mich halt gerade geheilt Ich hab mich halt gerade geheilt Ja, du bist an mir vorbeigelaufen Ja, du bist an mir vorbeigelaufen Und auf einmal war der Killer neben mir Ah, nee Er hängt nicht Er hängt nicht Er hängt nicht zum ersten Mal Ja Ey, mir ist das zweite Mal Marco, schaffst du das? Weil ich müsste mich jetzt kurz mal heilen, ja Ich sehe ihn gerade noch, aber Der ist immer noch da, ja Der guckt da überall rum Oh, jetzt kommt er, glaube ich, zu mir Naja, der ist bei mir hier hinten in der Nähe Okay Nee, wir wissen demnächst Eh, 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 sind demnächst ein Drecksstender Ja, auch das ist unglaublich Und natürlich kommt er wieder zu mir Der ist auch schon fertig, der Scheidtständen hier Bei mir hinten hat er noch ihn gesehen, ihr habt denne, der ist auch fertig Da hinten ist noch einer Oh, ich hoffe, der ist nicht wie fertig Ich hab mir jetzt was da zu höchst Ich hab mir jetzt was da zu höchst Ich hab mir jetzt was da zu höchst Das macht den fertig Der ist auch fertig, was ist denn das? Kann doch nicht wahr sein Da ist er Ja, ach, es ist unglaublich Der ist auch fertig Du musst schon kämpfen, ja? Ja, ich bin jetzt tot, wer hängt mich jetzt zum dritten auf? Oh, fuck, ey Hast du eigentlich schon das Ding gefunden? Den Ausgang? Äh, ne Mann Ne? Direkt rechts, äh, von uns ist der Ausgang Was? Fuck, Alter Digga macht das Ding fertig aber ab, Alter Na komm schon, komm schon Ja, ihr schafft, ich hau ab Hier ist die Luke bei mir grad gewesen, Digga Ja? Ja? Ja, er grennt extra weg von der Luke jetzt Ja, er grennt extra weg von der Luke jetzt Boah Halt ich in der Nähe auf Alter, warum hat der Keterra Radius, Alter? Ich weiß auch nicht Ich hab den ja nicht gehört, ich hab den nicht mal gesehen Du solltest auf jeden Fall zum anderen Ausgang rennen Na, ich bin jetzt hier bei dem Ausgang Scheiße, ich bin tot Ne, du hast noch ein zweites Mal Achso, Tatsache Ich mach den jetzt auf und probier ich nochmal dich zu holen Naja, warte mal, wenn er hier bleibt, dann nicht Ne, der ist beim Ausgang hier hinten Ja, der rennt jetzt zum anderen Ausgang In welche Richtung ungefähr? Naja, nach links Der ist da, wo du da hergekommen bist Da rennt er jetzt, glaube ich, zum Ausgang Wenn du dich beeilst Ich sag, der Typ hat kein Keterra Radius, Alter So, zeig mir den Ausgang, Digi Zeig mir gleich den Ausgang Ich muss mich mal kurz heilen Wir probieren den Okay, ich probier mich zu heilen hier Come on, Digi, come on, come on, come on, come on, come on Komm, Digi, da, komm Digi, ja, ich komme da schon Zwergen oder was? Keil, mit mir nochmal schnell ne Runde hier Lass mich dich heilen Nein, nein, los Ja, der kommt Renn, renn, renn Ahaha, wie du da rumwackelst Oh, ey Oh, Alter Alter, Dude, das hätte er doch nicht mehr geschafft Ich könnte auch rauskrabbeln Stimmt Alter, Eilig habe ich mich nochmal umentschieden Und bin ich gleich rausgerannt